Was ich der Presse am liebsten sagen würde, dass wir jetzt gerade etwas machen, was es noch nie gegeben hat. Es wurden noch nie Flyer am Bahnhof verteilt, die schon von der Nationalbank gedruckt wurden, weil sie nämlich echtes Geld sind. Also ich habe heute Nacht noch ein Paket bekommen von der Nationalbank, das ist hier drinnen. Das packe ich jetzt mal aus. Das war's für heute. Das ist ein echter 10-Fragenschein. Sie haben wahrscheinlich auch schon 10-Fragenschein in Ihrem Geldbeutel, weil wir behaupten nämlich, das schweizerische Geld ist unser Flyer. Und jeder Schweizer Bürger hat unseren Flyer schon dabei. Warum es mir gut geht? Weil jetzt habe ich doch ganz schön was über Menschen gelernt und ganz schön was erlebt in den letzten 30 Minuten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017